Die Osmanische Schelle, Part 2. Übung 1, auf Marmor mit Öl schlagen. Aber guckt euch erst Part 1 an. Durch das Öl wird der Schmerz beim Schlagen verringert. So könnt ihr härter schlagen. Übung 2, auf Eiswürfel schlagen. Erstens, füllt es ab und durch die Ecken härtet ihr euch noch mehr an. Am Ende müsst ihr eure Hände abkühlen, damit die Muskulatur härter wird. Das ist das Ergebnis.